hey leute und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play cs go wir spielen hier gegen bots ich bin hier in der terroristen fraktion der liebe nobel ist eine anti der jetzt hoffentlich demnächst gleich auch zu schauen wird weil er seinen computer naja also man merkt ich sollte vielleicht mal öfters wieder diese spiele spielen man glaubt das kaum aber ich als mädchen hätte ehrlich gesagt auch nie gedacht dass ich jetzt hier so auf wow auf ballerspiele spiele auf ballerspiele spiele stehe ja tatsächlich man glaubt es kaum und ich muss halt nur ein bisschen mehr üben mit ich halt nicht ja halt so schlecht denn wir spielen hier death 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 deathmatch spiele ja derjenige der halt am ende die meisten punkte hat hat natürlich gewonnen denn hopeless ist gerade erst dazu gejoint supi hat schon diverse punkte gegensatz zu mir ich glaube ich habe zu viel black ops gezockt könnte ich mit wetten alleine wir spielen hier auch noch gegen bots das ist ja auch noch das was ich jetzt meinte ja ich habe den hopeless gequält und ich bin runtergefallen macht mir ein bisschen sorge aber es wird alles wieder gut werden wow na also so langsam bin ich doch jetzt hier wieder drinnen anfang war ich ein bisschen ja lame gewesen also nicht so gut ich würde gerne mal meine wache wechseln perfekt so wirklich verstehe ich das auch noch nicht glauben hätte so man kann sich auf waffen kaufen ja super hätte ich mal ja gewusst wäre es natürlich besser gewesen hier ja ich bin ein bisschen ihr merkt das wahrscheinlich ein bisschen brain auf kam ich muss aber dazu sagen dass es ist auch früh am morgen ich darf das sein habe ich beschlossen ich bin auf platz 2 oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein ich muss nachladen nein ich muss nachladen baum ich finde ihn hier gar nicht ich finde ihn hier gar nicht wow alter du findest hier kai meckers rum und tötest mich boah das übelste finde ich dass die bots ganz schön hart sind so ich kaufe mir jetzt hier erstmal meine mp damit kann ich doch viel besser umgehen anstatt hier mit der handfeuerwaffe welche hatte ich hier mit der glock 18 jetzt habe ich die ump 45 so ich weiß gerade voll nicht wo ich gespawnt bin erstmal hier komplett vom geschehen weg ich habe mich verlaufen man bekommt irgendwie zufällige waffen ne du kannst sie auch kaufen wenn du einmal gestorben bist oder halt wenn du g drückst kannst du so eine bonuswaffe dir nehmen dafür kriegst du dann extra punkte wenn du damit welche killst 71 punkte ok ich hab dich aber gut aufgeholt ne ja ich finde auch keine gegner mehr die werden jetzt ganz schön groß ne außer irgendwelche die mich von hinten waren weg ja das hatte ich auch oft genug weiß zwar nicht jetzt wer denjenigen gekillt hat aber ok nein nein ich muss nachladen scheiße 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 boah der eine bot der ist so hart ich komme nur um die ecke instant tot sofort helle stürzen oh gott ah ist auch geil also ich muss ich liebe ja diese spiele hier ne ich bin aber auch ehrlich ich bin jetzt hier nicht die beste drin ne ähm deswegen muss ich echt übeln genauso wie bei black ops aber ich hab voll bock dazu und würde halt auch mal gerne mit euch spielen wenn ihr bock habt ich hoffe natürlich dass sie mich dann ein bisschen verschont abo was hast du für bots eingestellt ich hab gar keine bots eingestellt automatisch irgendwie ich konnte die nicht einstellen ohr was ja ok es ist schon verständlich mhm so mal gucken was die sonst noch haben hier holen wir uns mal hier ordentliche waffen ne ich würde sagen du warst grad getotet du bist warst bist hä naja ich hoffe ihr versteht was ich meine wo hallo das war ein headshot ehrlich ich wollte gerade die waffe wechseln oh lol du hast mich jetzt schon wieder voll aufgeholt ja weil ich gerade eben 5 auf einmal gekehrte oh zwischendurch muss ich echt immer die luft anhalten kennst du dieses gefühl dass wenn du treffen willst dann erstmal damit du deine maus nicht bewegst ja kein ne dieses gefühl ist doch recht amüsant so wo seid ihr denn alle meine freunde ich höre hier die ganze zeit irgendwelche schießerei aber sehen tue ich gar keinen und ich versuche auch immer die bonus waffen zu nehmen ich weiß auch nicht was daran liegt dass ich mehr punkte habe oh mann du hast mir mein kehl geklaut oh blöder bot ja 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 das gefühl ja echt ja ja Nein. Von wo? Ey, das gibt's nicht. Wie sind denn die Bots drauf? Die sind voll übel. Mann, das hat so gut angefangen. Richtig mies. Oh, was? Ich bin... Dieser komische Dave-Bot hat irgendwie hier... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Alter, ich geh nur um die Ecke und der scheiß Kelp... Vor allem, ich weiß, wo er sitzt. Aber jedes Mal, wenn ich um die Ecke schaue, tötet er mich. Aber die haben ganz harmlos angefangen, ne? Oh, ja. Ganz schön. Ich hab dieses Gefühl, als wären die... Oh Gott, ich bin hier voll verwert. Als würden die mitdenken. Ich wusste nicht, bevor ich hier das Spiel eingestellt hatte, hab ich auch geguckt gehabt, ob ich irgendwie die Bots einstellen kann. Konnte ich aber nicht. Ich glaub, die kann man auch nicht einstellen. Das ist irgendwie... wird automatisch gewählt. So, probieren wir's mal hier mit der Bonuswaffe aus. Oh, Headshot. Yay! Ich bin ja schon ganz froh eigentlich, wenn ich später nicht hier die Letzte bin. Oh, was? Ja, das war echt... ich hab dich da gerade durch Zufall gesehen. Sorry. Ja, ja, ja. Das merk ich mir. Oh! Huh? Auf einmal fährt er den Leifel runter. Ja, klar. Das ist ganz schön heftig, ne? Muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. Ja, die sind teilweise ultra stark. Oder wir sind einfach nur sauscheiße. Ja, das kann natürlich auch sein. Läuft hier mal längstens. Ich sehe keinen. Wow! Drei Leute auf einmal, oder was? Alter! Ist hier hart. Also, ich guck auch irgendwie noch nicht so richtig auf die Karte. Das sollte ich mir vielleicht auch mal angewöhnen. Weil da werden dir ja angezeigte Gegner. Oh, Connor! Oh! Ey, von hinten, von vorn. Ich habe dieses Gefühl, die haben es voll auf mich abgesehen. Voll so. Ja, wir töten jetzt mal das Mädchen. Oh, was ist das für eine scheiß Waffe. Oh mein Gott. Oh, ey. Das war gerade voll Glückstreffer. Oh, ey. Das war gerade voll Glückstreffer. Stell dich nicht so an. Ich will diese Waffe nicht mehr. Ich kann die auch mal wieder aufräumen. Yay! Ich bin der Vorvorletzte mit 180 Punkten. Ich bin begeistert und ich bin stolz auf dich. Egal. Trotzdem coole Runde gewesen. Mir hat Spaß gemacht. Und es ist ganz schön hart gewesen. Oh ja, die Box hier waren wirklich mega. Ich würde mal behaupten, oder ich nehme es mir einfach vor. In der nächsten Runde werde ich auf jeden Fall besser sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und deswegen sage ich Tschüss. Bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.